natürlich schauen wir uns wieder alles an was anzuschauen gibt aber hier gibt es irgendwie gar nix wir können mit bach gehen reden wir könnten aber auch erst mal schauen ob wir wir haben oh mein gott episode 2 wir haben 12 sachen liegen gelassen ernsthaft wo soll das denn gewesen sein mann boah spiel das macht mich fertig bitte bitte sagt mir schreibt mir in die kommentare was das für dinger sind was habe ich da verpasst und wie hätte ich die bekommen können ich habe alles ich habe alles mir angeguckt dachte ich zumindest ich habe mich verdann so wir haben drei neue sachen aus episode 3 troll bestattungsrieten die lange abwesenheit die große mutter tod hat ihren blick stets auf uns gerichtet moment ja unter ihrem gütigen auge schlagen wir unsere schlachten wir pflegen unsere wunden wir feiern unsere siege wir ertragen unsere leiden und wenn wir sterben ist sie da ihre umarmung ist wie die stille des berges wie der schwere frieden des steins ein tollbegräbnis ist ein heiliges ritual das von der troll mutter an den sohn mündlich weitergegeben wird es beginnt bei sonnenuntergang mit der richtung des kerns einem kleinen steinhaufen er steht für die generation an trollen die bereits gestorben sind und die das fundament der lebenden bilden die waffen des trolls werden an jene verteilt die ihm am nächsten standen der leichnam und der rest seiner besitztümer werden verbrannt und auch wenn jeder teilnehmer etwas über das leben des verstorbenen sagen muss würde die offenheit mit der die trauer reden gehalten werden jedem menschen die schamesröte ins gesicht treiben die gute holly wollte uns nicht dabei haben deswegen haben wir auch nichts gesagt oder durften nichts sagen ich weiß nicht ob wir hätten da mitmachen dürfen wenn wir uns anders verhalten hätten zu holly ich weiß es nicht keine ahnung ach guck mal hier da ist die vivien georgies mädchen ach was echt vieles von viviens vergangenheit liegt im dunkeln sie zieht es vor lieber nicht über ihre leben in den heimatlanden zu reden sie wollte in fabletown etwas neues aufbauen aber arbeitet letztendlich für georgie im pudding and pie ach so georgies mädchen ich dachte gerade das ist freundin aber das ist einfach nur irgendein mädchen von ihm okay so sie führt kein schlechtes leben georgie hat gefallen an vivien gefunden und so muss sie keine jobs im open arms annehmen also doch die freundin stattdessen spielt sie die rolle einer gastgeberin und hilft georgie dabei die kunden zufriedenzustellen mit vorzügen mitarbeiterin mit vorzügen wie es aussieht dr swinehart der feldarzt dr swinehart ist fabletowns arzt er ist so geschickt im umgang mit chirurgischen instrumenten dass er ohne probleme an sich selbst operieren kann an sich selbst okay hat viele jahre als feldarzt gedient und seine talente manchmal eingesetzt um die einheimische bevölkerung zu beeindrucken ihm untersteht derzeit die sonderforschungsabteilung der malteser klinik sie wurde so genannt um einer genaueren untersuchungen durch die menschen zu entgehen da sie sonst herausfinden würden dass es sich hierbei um eine einrichtung zur gesundheitlichen betreuung von fabelwesen handelt ja fragt mich was passieren würde wenn das rauskommen würde was würde dann passieren was würden die menschen machen so wir sollen ja hier erst mal nach hinweisen ausschau halten wir reden erst mal mit dem guten buffkin hallo aha er war also auf dem schwarzmarkt tätig es ist nicht deine schuld warum hast du ihn nicht aufgehalten siehst du noch etwas ok es ist warum hast du ihn nicht aufgehalten es ist nicht deine schuld wir sagen erst mal das aber du kannst fliegen so aber ganz ehrlich natürlich so ich hoffe wir finden dieses letzte puzzle stück sozusagen crane schreibtisch wir reden erst mal mit mit snow und das dachte ich mir ja wir sind ja schon dran wir sind ja schon dran meine liebe aber natürlich schaue ich mich erst mal woanders oben was das denn hier stadt das freund auch hier ist das okay das buch können wir uns nicht mehr anschauen da haben wir glaube ich alles schon investigiert da hinten hängt immer noch die leiche ich habe keine ahnung cranes schreibtisch schauen wir uns das gute stück mal an da ah ok post eingang haben wir hier ich sehe schon einen schlüssel 207 stand da 207 drauf ja Schon ein bisschen ekelhaft, ne? Wir kriegen ihn. Was gibt es da noch? Du hättest es nicht wissen können. Nein, vorher auch. Nein, ich könnte es. Komm schon, lass uns schauen. Sei nicht so hart zu dir. Ganz ehrlich, vorher willst du das denn wissen, dass er so ein krankes, perverses Schwein ist? Schubladen schaue ich mir gleich an. Erstmal den Brief hier. Was? Mr. Smith. Mr. Smith. Was? Warum sagt er dazu nichts? Okay, dann nicht. Der nächste Brief. Lieber Mr. Ich schreibe ihn wiederholt mit der Bitte, jemanden für die Reparatur der Klimaanlage in unsere Wohneinheit zu schicken. Es ist kochend heiß und Pinocchio sagt schon, dass sein Haut splittert. Kann da jemand? Die Rechtschreibung ist ein bisschen verkehrt, ne? Haut splittert. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber ich nehme an, es ist etwas Ekelhaftes. Ich möchte wirklich, dass das repariert wird. Wie schon vor drei Monaten angefragt. Stellen Sie wenigstens in der Zwischenzeit einen Ventilator zur Verfügung. Hochachtungsvoll, Roy Blue. Okay, keine Ahnung, wer Roy Blue ist, aber Pinocchio, den kennen wir, glaube ich, alle. Next Brief, bitte. Mr. Crane. Sie haben mir nach dem letzten Vorfall in Wohnung 204 gesagt, dass Sie für den Putz in meinem Gebäude bezahlen würden. Er fehlt von den verfickten Wänden. Bitte reparieren Sie es. Ich kann das Zimmer in diesem Zustand nicht vermieten. Und ich warte hier schon seit Tagen, nicht zu erwähnen, dass Sie mir versprochen hatten, dass Sie jemanden schicken würden, um den großen Riss im Glas an der Haustür zu reparieren. Und wissen Sie was? Es ist jetzt sogar schlimmer. Ihre Scheiße steht mir bis zum Hals. Mr. Toad. Absolut nicht. Absolut nicht. Anscheinend. Offensichtlich. So, jetzt aber die Schublade. Die natürlich zu ist. Hast du den Schlüssel? Brauchen wir nicht. Was? Was stand da drauf? War ein Buch drin? Buch. Untersuchen. Wissen Sie es was? Ich konnte... Okay. Da ist eine Seite hier. Da war ein Buch. Oh, ja? Bufkin, du weißt was hier? Das ist ein Ring, zumindest. Das ist ein Ring. Jedes Magical item nicht in der Armourie ist ein Angriff an jemandem in Fable Town. Es muss hier sein, dass er diese Witche verhaut. Ja, ich habe nur kurz gehört über diese Meeting. Warum hast du das noch nicht gesagt? Ich habe das vorher schon gesagt. Niemand hat mich gefragt. Bufkin! Ich habe mich überrascht. Ich bin sorry. Er hat die Gespräche auf 2.00 Uhr. Was ist passiert? Hat die Schraube noch nicht fixiert? Blumbeer, das ist nicht der Zeit. Ist die Schraube nicht fixiert oder ist es nicht? Ich habe mich gefragt, um zu sehen, ob du wusste, wo Crane sein könnte. Und das war es, okay? Und ich bin sorry, dass ich etwas mehr gesagt habe. Du hast es und ich weiß. Der Kater ist aus dem Lack. So, können wir den Dull Pervert, oder nicht? Oh. Ich weiß nicht, aber... Ich weiß nicht, warum Snow dich etwas gesagt hat. Er und Crane sprechen immer alle Zeit, okay? Er war eine Ressource, albeit eine, die sich nicht verwendet hat. Wir sprechen nicht immer alle Zeit. Außerdem, warum spenden Zeit auf solche Gutter-Snipe? Schau, das ist einfach nicht der Zeit. Er hat ein Stück aus dem Lack, damit wir nicht nutzen können. Wir wissen, was wir wissen, ist, dass Crane ein Gutter an 2 Uhr sehen wird. A.M. oder A.M.? 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 A.M. 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 Und jetzt hau ab. Alter, er brüllt hier rum wie so ein Affe. Sorry, Bufkin. Ja, ja. Ja, ja. Just point in the direction you want me to check first. Since Lily used the glamours, she'd have known who the witch was. And I don't think Holly's burned her things yet. It would probably have the address or a phone number or something. And Bigby is free to go there if he likes. But I think the question you should be asking is just what do the two Tweedles know about this. Ja, die müssen ja auch was wissen, das stimmt. It doesn't matter what they know. After tonight they never go to their office. They're not smart enough to try and go anywhere else. The Trip Trap is the better option to track the witch down. That has to be our focus. Hm. Chances are I'll have to swing by both anyway, so. No, Chances are you won't have time. Aha, okay. I don't really care what you two do. I'm going to his apartment. What? You can't just go up there. And why the hell not? We already looked for the key, remember? I don't know where it is. Then I'll pick the blasted lock. I've wasted enough time waiting for the mirror to find him. I won't waste anymore. I don't. You just can't go up there alone, all right? I've no interest in nicking his drapes, my dear, if that's what concerns you. What concerns me is you traipsing through possible evidence. Oh, now it's evidence. Before you had no interest, and now it's a crime scene. Fine. I don't care. Just go ahead. We can't just let Bluebeard run amok in Crane's place. Ha! He's after something. I just don't know what it is. We have to find the witch, Bluebeard, since that's where he's going. Or the sniveling weasel chickened out. Never went anywhere. And is upstairs right now in his pitiful penthouse, crafting a fort out of couch cushions. Look, this is how a smart person would do it. So this is how we're going to do it. Where ever you go, I'll go to the other. I don't like you going anywhere unsupervised. Yeah, that's what I'm doing. He's up to something. I don't know what it is, but we don't have the time to really worry about it now. Okay. Where are you going to go, Bigby? Yeah, where are you going to go, Bigby? Have we now three possibilities? Have I understood that right? Find the Xe. So you leave Crane alone, and we leave you alone. I'd love to join you, but there's some business I need to attend to. Okay. No, no, I'm better off dealing with things alone. I don't need sympathy and I don't need charity. Cranes Wohnung, Hollys Bar oder dies Büro. I'd love to join you, but there's some business I need to attend to. Ich hoffe ja, dass wir, ich hoffe ja, dass wir an mehrere Orte können. Ich weiß es aber nicht. Ich würde aber gerne erst mal zur Hollys Bar, weil vielleicht finden wir da irgendwas. Ja. Weil Lilly hat ja auch ihr Zeug von ihr bekommen. Schön. Ich hoffe, dass es die richtige Wahl gibt. Ja, ja. Um die Hexe zu finden, ist das, glaube ich, die logischste, weil die einzige Person, die was mit der Hexe zu tun hatte, war Lilly, die TripTrap war. Die Bronx, 12.38 Uhr. Noch eine Stunde und 22 Minuten. Oh mein Gott, was? Was ist denn da los? Wer ist das? Wer ist das? Ist das der Jack und dieser Gran? Okay, eintreten will ich eigentlich nicht. Wir klopfen mal. Das nenne ich klopfen, ja. Naja. Mach auf. Danke. Hey, schau, Woody, es ist der Sheriff. Oh. Woody. Buddy. Mhm. Ja, klar. Irgendwie traue ich ihm nicht. Ich glaube, du hast schon genug gehabt. Swinehart sagte, du musst es nicht mit... Do you think I give a fuck what that fucking guy says? Or what you say? Offensichtlich nicht. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Do you think I give him both Barmethyl Ambrosia for the pain? Hm. 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 Ich merke schon. Das ist nicht gut, was du da tust, Gran. Absolut nicht gut. Wie du willst. Naja, hör doch auf den Doktormann, was machst du denn? Das sehe ich genauso, ja. Ja gut, die haben uns alle abgeknallt, Mann. Ja, okay. Ja, okay. Ich soll mit dir trinken, ja. Wehe, wenn nicht. Ja, das stimmt wohl. Na dann los. Komm, wir trinken einfach mal. Was auch immer das ist. Auf die Toten, ja. Was war das? Oh, Leute. Ich bin beide drin. Wir lassen ihn mal ein bisschen kämpfen. Voll verwirrt, der Bigby. So, jetzt sind wir mal gut, Jungs. What more do you want? What else can I fucking say here? I don't want anything from you, Woody. I want there to be a big black hole where your fat, dumb fucking ass used to be. Cut this shit out now. I don't care what it's about. Oh, I forgot. You haven't heard the news. Buster. This walking lard cake was paying Holly's sister to let him fuck her behind all of our backs. And Holly had to find out going through all of her sister's shit. What fun that must have been. Oh. Trick after trick of this fat ass and lily. I didn't plan for that, all right? Darn thing, whatever it was, it wasn't a big deal. It wasn't. I never fucked her when she was snowing. I didn't know nothing about that. No, but you knew Holly would flip out. And you knew for a damn good fucking reason. Oh, man, oh, man. You know what? Fuck this. I don't need this shit. Oh, yeah, that's it. Now you're teary-eyed. You were always such a lowlife. I don't know why I never realized it till now. What do you think about this fucking loser, Sheriff? Oh, let's think whatever he wants. Fuck the shit. I don't give a shit. No, that's okay. Because I'll tell you what he thinks. He thinks you have to pay chicks to touch your fat hairy ass. That's what he thinks. I think whatever happened was between them. And Lily is dead. So let's put this whole thing to rest. Der Holzfäller wird sich daran erinnern. Das hoffe ich doch sehr. Leute, beruhigt euch einfach mal. Mann. Der sitzt schon wieder an der Bar. I don't know where Lily's shit is. Check Holly's room. I don't know. Okay. But I wouldn't wake her if I were you. Hm. Sleepwalkers and Trolls. I think that's the role. Maybe, uh, ogres too. If I can't find her stuff, I might have to... Actually, Bigby, if you'll excuse me, it seems that I'm gonna pass out. Ähm. What a day. Am I right, Sheriff? What a fucking day. Ja, schlaf du mal. Grant wird sich nicht daran erinnern. Geil. Ja, das wird er wohl nicht. Nein. Okay. Ach ja. Hübsch. Hübsche Füße hat sie auf jeden Fall. Liege. Wir untersuchen mal erst die Liege. Oh, das sind schon ihre Sachen, ne? Wie sollen wir denn da drankommen? Äh, Liege. Noch mal untersuchen. Holly. Moment, was haben wir denn hier? Kiste mit Alkohol. Hm, hm, hm. Drink, eat, fight. Das ist unser Motto. Kiste mit Alkohol. Schauen wir uns mal an. Ist alles leer? Nö. Das ging ja einfach. So. Okay, hier ist auf der Seite, gibt es gar nichts. Ah, toll. Holly können wir uns auch nicht mehr angucken. Aber jetzt kommen wir leicht an die Kiste. Tja. Das ging ja doch einfach, als ich dachte. Was haben wir denn da Schönes drin? Ja, ja, ist es okay. Excuse me, but I'm not in the mood for entertaining. But what the fuck? I know you're not gonna leave. You do what you want. You always do what you want. Wir wollen dir nur helfen, glaub es mir. So. Den Wein? Den Wein haben wir doch schon mal gesehen. Den haben wir in dem Zimmer gesehen, oder? In dem Hotelzimmer. Meine ich. The Strait. Do you even give a shit about us? The Straits. The ones that aren't in that fancy high rise. Those of us that gotta work for a living. Holly. Just because I live in the Woodlands doesn't mean I'm not one of your Straits. I'm not Crane or Cole. Okay, zu der Flasche hat er leider gar nichts gesagt, aber das würde ich mir wünschen. Das Foto untersuchen wir mal von den dreien. Oh, guck mal, da hinten rechts. Einer von den Gebrüdern, äh... Dumm... Dummdi. Ja, pass auf. Oh, da ist ja noch mehr. Adressbuch. Die Brosche, ja, die kennen wir ja schon. Die hat ja Snow White an Holly gegeben. So, hier ist noch so ein Glimmerbehälter. Ich schau mir den erstmal an. Ist da noch was drin? Wohl nicht. Ach, ist das nicht das Ding, was wir gefunden haben? Das hatten wir doch gefunden schon. Das ist wahrscheinlich dasselbe, äh, dasselbe Ding. Adressbuch. Jetzt wird's interesting, glaube ich. Hoffe ich. Das ist der Job. Nett wäre auch, wenn man sagen könnte, wir tun es für alle Mordopfer. Und einer dieser muss die Wirt sein. Welcher? Hallo, das ist ein weißer Telefon. Ich bin hier. Ist jemand da? Bigby, wenn du da bist, pick auf, okay? Okay. Machen wir. Hey, ich wollte nur sehen, wie es ging. Hast du nichts gefunden? Ja. 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 Krane oder Dee und Dums Büro. Ich glaube, wir müssen eh nochmal in Crane's Apartment. Ich glaube, das ist... Da müssen wir sowieso hin. Deswegen gehe ich erstmal in Dee und Dums Büro. Ich hoffe... Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Ich habe wirklich Angst davor, aber... Irgendwas haben die Zwillinge damit zu tun. Irgendwas. Und ich muss rausfinden, was das ist. Das Büro der Tweedle-Brüder. Die Bronx. Was zum Henker bist du denn? Oh. Hi. Sheriff Bigby. Great, great to see you. I don't know if you remember me. I've seen you around, but you may have forgotten. I know who you are, Flycatcher. You've worked at the Woodlands for how many years now? I think I've lost count. But you know Crane let me go recently. Oh, yeah? Yeah, I mean, it's no big deal. So, what brings you here? I mean, can I help you with anything? Are you here to see one of the brothers? Dee or Dumb? Yeah. They aren't here right now. I'm not sure when they'll be back. Mhm. Did you make an appointment? Because I can let you in if you want to wait. Oh, yeah. I was hoping to have a talk with Dee or Dumb. Do you know where they are? No. They don't really keep regular hours as far as I can tell. Sorry. It's been a quiet night so far. Mhm. I think the Twins are out. Probably working on a case. Probably. Sometimes I don't see them for days. They gave me the job after Crane told me to get lost. He said I was just in the way. Okay. But I like it here. Gotta stay busy, you know? Otherwise. Mhm. Mhm. Well, it's nice working here anyway. Yeah, yeah, klar. Where's their office? Oh, right this way. I was going there next anyway. Okay. I can let you in if you want. You can wait for them there. Sure, thanks. No problem. Can I trust you? I'm going to have to take a look around. Mhm. Well, I guess that would be okay. I wasn't really asking for permission. Right. You're the sheriff. I just don't want to get in trouble. I'm sure it's fine. I mean, they never told me not to let you in. Just keep to the back. Out of the way. Right? Right. And, eh, mach das mal bitte sauber, ja? So. Wir sind also im Büro der Gebrüder. Mhm. Was? Was ist das denn hier? Wow. Okay. Wir schauen uns hier natürlich um. Ach, das ist ein Sandsack hier. Was? Soll das ein Wolf sein? Soll das ein Wolf sein? Ja, das ist das ein Wolf sein. Oh, dann kann ich mich gleich noch mal sehen. Das ist ja gar nicht so.